Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video mit dem exklusiven Offline Event Paimon's Kirschblütenreise in Bonn, das bald beginnt und zwar vom 12. bis 16. April, Maxstraße 7 in Bonn. Die Kirschblüten stehen in voller Pracht. Triff deine Freunde aus Taiward in Bonn und probiere leckeres Essen mit Paimon. Hin und wieder wird es auch kleine Überraschungen geben, die darauf warten, von dir empfangen zu werden. Feste Herausforderung, mach ein Foto von Genshin Impact Delikatessen auf der Kirschbaumallee in Bonn und teile es in den sozialen Medien mit dem Hashtag GenshinKirschblüten und GenshinImpact36. Als Belohnung kannst du dich zwischen einem exklusiven Poster oder zwei Postkarten entscheiden. Und dann gibt es noch die zufällige Herausforderung, vor Ort tauchen von Zeit zu Zeit NPCs mit dem blauen Ausrufzeichen auf dem Kopf aufnehmen, die Aufträge bei diesen NPCs an und schließe sie ab, um kostenlos sprudelnd sauren Bärensaft zu halten. Tägliche Herausforderung, jeden Tag erhalten die ersten 20 Spieler, die im Cosplaykostüm von Genshin Impact herkommen. Jeweils ein zufälliges Gericht kostenlos. Wir können es kaum erwarten, dich in Bonn zu sehen und gemeinsam unvergessliche Frühlingserinnerungen zu schaffen. Diese Aktion wird von einem Drittanbieter in Deutschland organisiert. Und ja, dann haben wir nochmal die Sachen zusammengefasst. Das ist im Endeffekt das Gleiche nochmal. Hier sieht man auch die Hauptgerichte, die man sich dort holen kann. Ein Mora-Medaillon und die Shawarma-Rolle für jeweils sieben Euro, Dessert, Mandeltofu und Sakura-Mochi, sechs Euro und die Getränke Beerenminz-Spritz und sprudelnd saurer Bärensaft für vier Euro. Genau, kaufe eine Genshin Impact Delikatesse, nimm einmal pro Tag an der Verlosung teil, gewinne tolle, begrenzte Fanartikel. Und that's it. Ja, sowas ähnliches hat ja letztens schon mal in Paris stattgefunden. Da haben sie ja quasi, also vor ein paar Monaten, da haben sie in Paris ein komplettes Museum quasi von Genshin Impact sozusagen eröffnet. Also es war zwar nur kurzzeitig, aber dann auch ziemlich cool. Diesmal ist es mehr so ein reiner Fan-Treff, wenn ich das richtig sehe. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es vor Ort sein wird, aber für mich sieht das aus, als wäre das ja doch eher so untereinander quasi, weil sie jetzt nicht so viel wie zum Beispiel ein ganzes Museum in Anführungszeichen anbieten. Aber es wird bestimmt auch die einen oder anderen exklusiven Sachen geben, die sie hier noch nicht erwähnt haben, schätze ich mal vor Ort. Und ja, blöd ist natürlich, dass es nur in einer Location stattfindet. Ich meine, Deutschland ist nicht das größte Land, aber auch nicht gerade klein. Bonn ist zumindest von mir aus sehr weit weg. Also ich werde definitiv nicht dort sein. Und ja, aber alle anderen, die dort sein werden, viel Spaß auf jeden Fall und viel Glück bei den Verlosungen und viel Spaß. Und ja, ist ganz cool, dass sie sowas machen. Also ich meine, muss ja auch sagen, bis man jetzt sagt selber, okay, man hat keine Lust oder oh, ich wohne irgendwie so blöd, da wird niemals was bei mir in der Nähe sein. Was ja legitime Gründe sind, dann nicht besonders begeistert von sowas zu sein oder so. Ähm, ja. Trotzdem cool, dass sie es machen. Und irgendwann wird es vielleicht auch mal bei einem selbst in der Nähe sein, wo man dann mal vorbeischauen kann, ohne da eine halbe Weltreise antreten zu müssen. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, viel Spaß, wenn ihr dort vorbeischaut. Und ich sage danke euch fürs Zuschauen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact und ciao, ciao.